Herzlich willkommen zum letzten Neumondhoroskop des Jahres 2022. Ich spreche ja hier über die mundanen Aspekte und das Jahr ist ja rasend schnell vergangen und 2023 klopft ja quasi schon an und dieses Neumondhoroskop gibt uns einen ersten Ausblick ins Jahr 2023. Wie startet denn das Jahr? Was sind denn für Tendenzen da? Genauer werde ich das Jahr natürlich noch beschreiben auf der mundanen Ebene. Wenn dich allerdings interessiert, was in deinem Horoskop 2023 auf dich zukommt, dann kannst du ganz günstig jetzt bei mir deine Transite fürs Jahr 2023 bestellen und ich schicke dir die gerne per Mail zu. Alle Infos sind einfach dann in der Beschreibung vom Video zu finden und du kannst dann ganz einfach dein persönliches Horoskop bei mir gerne auch bestellen. So und jetzt schauen wir mal uns den Neumond an. Der Neumond findet im Zeichen Steinbock statt, das heißt Sonnen und Mond treffen sich im Steinbock und Steinbock, wir sehen es ja draußen, wenig Licht, es ist karg, es ist kalt, es ist eigentlich sehr, eine sehr unfreundliche Zeit, eine sehr, sehr harte Zeit. Es ist natürlich dann auch mit dem 21., auch der Winterbeginn und es ist natürlich da auch, da wird es zwar dann schon wieder heller, aber wir merken jetzt wirklich diese Dunkelheit, wir merken, du merkst es an meiner Stimme mit der Erkältung, wir sind alle ein bisschen vielleicht angeschlagen. Und Steinbock ist natürlich so ein Zeichen, das will Klarheit, das will Nüchternheit, das will eine Reduktion aufs Wesentliche. Und das ist auch so eine innere Disziplin und das sind auch innere Regeln und Gesetze. Und da treffen sich eben Sonne und Mond im Steinbock. Was wir bei diesem Horoskop drauf haben, ist auf jeden Fall mal, auffällig ist der Jupiter. Der Jupiter steht ja an der Schwelle zum Widder, das siehst du da jetzt unten, das ist so dieser lilane Vierer, sage ich jetzt mal, das ist der Jupiter und der steht da an der Schwelle zum Widerzeichen. Und Wider ist ja die reine Lebensenergie, ist der Neubeginn, ist die Kraft und Jupiter ist ja, nennen wir es mal, einfach Vergrößerer. Und jetzt käme da vielleicht eine Idee hin, wo was größer werden kann, wo was neu werden kann, wo die Energie einfach aufgehen kann. Und das steht allerdings in einem Quadrat zu Sonne und Mond. Das heißt, man kann Dinge nicht so umsetzen, nicht so leicht umsetzen, wie man sich es vielleicht vorstellt. Man fühlt sich irgendwo gebremst oder blockiert und auch eingeschränkt. Das heißt, es ist keine gute Zeit gerade für Neuanfänge, vor allem im Außen. Also da Großes neu zu beginnen, das sperrt sich einfach jetzt so von diesem Horoskop her. Und man ist eher ein bisschen zurückhaltend, vielleicht auch ein bisschen frustriert, dass etwas nicht so gelingt oder dass etwas nicht ganz so gut aufgeht oder so leicht von der Hand geht, wie man sich es vielleicht vorstellt. Das Schöne beim Jupiter da jetzt an dieser Schwelle zum Widder ist natürlich, dass es zur Venus ein sehr positiver Aspekt ist, so ein Quintil hin. Man möchte einfach, dass etwas neu wird, dass etwas sich erneuert. Das kann natürlich auch romantisch gedacht sein, also dass da die Liebe erneuert wird, die Partnerschaft ein bisschen erneuert wird. Also dass da neue Aspekte reinkommen sollen und da ist eine Sehnsucht einfach da und das sieht man da ganz gut. Was ich auch spannend finde ist und das ist ein, ja, das ist irgendwie ein Ausdruck unserer Zeit, dieser Uranus im Stier. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen und schon mehr darüber gehört. Also Uranus ist hier im Stier, der wandelt ja, der wandelt ja quasi die Werte, der wandelt so, den Besitz, der wandelt, der wandelt so das Materielle und dieser Uranus macht ein anderthalb Quadrat zu Sonne und Mond drauf, was für mich einfach bedeutet, dass diese ungesunde gesellschaftliche, dieses ungesunde gesellschaftliche Milieu, das wir jetzt seit fast drei Jahren erleben, sich immer mehr auch festsetzt. Das heißt auch in der Lebensenergie festsetzt. Und was du dagegen tun kannst, werde ich gleich sagen, aber mach dir nur mal bewusst, lass das Ungesunde bitte in diesen Zeiten draußen. Also Horrormeldungen, irgendwelche Krisenmeldungen, dräng das bitte alles mal wirklich zur Seite. Lass dich da nicht so sehr beeinflussen. Denn, dass dieses Permanente immer wieder denselben Scheiß hören und immer wieder dasselbe mit demselben bewählt werden, immer nur Krise, Krankheit, Krieg, ja, drei K's, toll, Krise, Krankheit, Krieg, immer wieder diese selben Schreckgespenste hören, das macht Mürbe. Und das setzt sich dann irgendwo auch fest und das dämmt dann die Lebensenergie noch mehr ein. Und da ist ganz klar die Einladung aus dem Steinbock raus, natürlich ein bisschen zu dir zu kommen. Steinbock ist auch so ein bisschen die Klausur. Das heißt, Einkehr zu nehmen, zur Ruhe zu kommen, über die Endlichkeit der Dinge zu meditieren. Also was benötigst du wirklich? Was brauchst du nicht mehr? Was möchtest du? Was kannst du vielleicht loslassen? Was belastet dich eigentlich zu diesem Zeitpunkt mehr, als es dir hilft? Das wären so Fragen, die da absolut Sinn machen, sich zu stellen. Also ein bisschen in die Ruhe, in die Meditation kommen. Gerade wenn die Zeiten dunkler werden, lieber mal eine Kerze anzünden, Handy weglegen und nicht Fernseher auftreten, sondern einfach einmal wirklich zur Ruhe kommen und dich auf dich selber besinnen. Du versäumst nichts, was da von außen auf dich einprasselt. Das kann ich dir garantieren. Und das wäre auch so meine Einladung. Also halte dich fern von irgendwelchen Horrorszenarien oder Schreckensmeldungen. Das wird nicht besser werden. Was wir auch drauf haben noch, als einen gewissen Spannungsaspekt, ist Pluto Mars. Und zwar der Pluto, der am Ende des Steinbocks steht, der wird ja dann Anfang, also so im Frühjahr, dann kurz mal in den Wassermann schon reinlunzen und dann wieder zurückgehen. Aber da haben wir eine Anspannung zwischen Mars und Pluto. Und der Mars steht ja ungewöhnlich lange im Zwillingzeichen. Und Zwilling ist Kommunikation, sind die Medien. Das heißt, das kann Manipulation durch Medien sein, das kann Streitgespräch sein, das kann natürlich Stress sein, durch Medien oder auch zwischenmenschlich. Also da einfach ein bisschen aufpassen, sich nicht verzetteln lassen in irgendwelche Streitereien. Und da ist ein gewisses aggressives Potenzial in der Luft. Und man merkt einfach, dass diese Spannung, dass diese Krisenzeiten, wie gesagt, langsam sich immer mehr festsetzen. Und deshalb ist es wichtig, für dich da auch auszusteigen. Und die Antwort im Steinbock, im Saturn ist einfach wirklich dieses Loslassen, es sich der eigenen Ähnlichkeit bewusst werden. Und auch dich mal zu fragen, was willst du denn in dieser deiner geschenkten Lebenszeit noch erleben? Was ist denn dir da wichtig? Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass du dir das auf diese Art und Weise mal betrachtest. Ja, wie gesagt, Jupiter, diese expansive Kraft im Widder und die hat dann noch einmal zu Uranus im Stier, also Jupiter im Widder und Uranus im Stier haben dann noch so ein Halbquadrat drinnen. Und das ist auch nochmal eine explosive Mischung. Also das sind jetzt für, ich sage jetzt einfach mal fürs Kriegsgeschehen, global gesehen ist das jetzt nicht die allerbeste Voraussetzung und ebenso nicht für eine Stabilisierung der Währung. Also das spricht nicht dazu, dass sich da was schnell stabilisiert oder dass da schnell was irgendwie zuverlässiger wird, sondern das bleibt eher sehr holprig, die ganze Geschichte. Und da, ich denke, da werden wir auch noch einiges sehen, dann auch im kommenden Jahr noch. Ich will da jetzt nicht gleich so den dunklen Propheten spielen, aber ich denke, da wird einiges noch auf uns zukommen. Und ja, also mit diesen Konstellationen, ich kann nur sagen, dieser Frust, da kommt viel von außen. Lass dich vom außen nicht zu sehr stressen und schau, dass du möglichst bei dir bleibst in dieser Zeit. Also das wäre sehr gut. Und was übrigens ganz Spannendes noch zu diesem Neumond-Horoskop jetzt zum Vergleich, ich habe ja, das ist ja der 23., also der 23.12. dieses Horoskop jetzt. Und ich habe auch zum 24.12. letzte Woche, also wie wird Weihnachten, ein Video gemacht. Das schau dir mal an im Vergleich, wie sehr sich das ändern kann, wie sehr sich dann Konstellationen auch wieder ändern können, auch auf der mundanen Ebene und wie anders das vielleicht dann wirkt. Du kannst ja da dann vielleicht so einfach mal schauen, okay, da redet er über den, unter Anführungszeichen, einen Tag, das ist nächste Monat dann so. Also wie wird dann so Dezember, Jänner rein, zwar 23. Und in dem anderen Video rede ich ja nur über Weihnachten quasi, aber da kannst du mal schauen, wie sich das verändert von der astrologischen Sprache, die da doch sehr präzise ist und sehr klar ist. Naja, und ja, das wäre das eigentlich für heute schon. Wie gesagt, im Angebot um 25 Euro, das ist wirklich toller Preis, denke ich. Dein Jahr 2023 kannst du bestellen, die Transite oder natürlich auch eine Analyse deines Horoskops in schriftlicher Form kannst du auch bei mir bestellen. Und ja, wenn du da Interesse dran hast, einfach mal Mail schreiben. Alles ist drinnen im Lauftext und ich freue mich natürlich auf deine Bestellungen und auf deinen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, teile dieses Video und wir sehen uns demnächst wieder. Dein Oliver Arrini aus dem wunderschönen Linz. Danke fürs Dranbleiben.